Hallo, mein Name ist Sarah Spindler, ich komme aus München und ich bin professionelle Zwischennutzerin von Leerständen. Vielen Dank für die Einladung und danke, dass ihr hier so zahlreich erschienen seid. Ich wollte euch ein bisschen was erzählen zu meiner Arbeit, was ich in München so treibe. Ich bin ja ein bisschen verschrien, sehr umtriebig zu sein. Kaum gibt es einen Platz, der gespielbar ist, habe ich den Ruf, den zu belagern und den mit Inhalten zu füllen. Das kam daher, also ich komme eigentlich aus der PR und später aus dem Journalismus, habe sehr viele Kontakte zu der Kultur- und Kreativszene in München und habe irgendwann mal gemerkt, dass es eine wahnsinnig tolle kreative Szene gibt, die aber leider sehr wenig Platz in München hat, sich zu präsentieren. Und habe mich dann durch verschiedene Projekte wie die Lange Nacht der Musik, die es ja auch hier in Österreich gibt, die ich vor ca. 15 Jahren organisiert habe, gemerkt, dass mir das interdisziplinäre Vernetzen von verschiedenen Bühnen und verschiedenen Künstlern sehr viel Spaß macht und bin so in das Veranstaltungsgewerbe reingerutscht. Vor ca. 7 Jahren gab es dann ein Projekt oder einen Leerstand, zu dem mich Freunde von mir genötigt haben. Die wollten eine Bar aufmachen. Das Ding hieß Horses, Cars and Stars, war mitten in Schwabing, also einem sehr studentischen, umtriebigen Ort. Und ich habe da einfach auf eine sehr, ja fast schon anarchistische Art und Weise, Leute eingeladen, gesagt, kommt vorbei mit euren Konzepten, hier ist die Plattform und wir schauen, wie wir das präsentieren können und wie wir das einem größeren Publikum zeigen können, was ihr für Konzepte habt oder was ihr ja abends in euren Hobbyräumen so treibt. Das könnt ihr hier einem größeren Publikum vorstellen. Und die Resonanz davon war unglaublich groß und auch die Presseresonanz, das war mir vorher nicht so klar, dass das tatsächlich ja etwas ist, was in München tatsächlich fehlt, eine Plattform, wo man einfach hinkommen kann und zeigen kann, was man ja an kreativen Konzepten hat. Und habe dann mein allererstes Zwischennutzungsprojekt gehabt, 2009 war das, im Kleinen. Es war eine unglaublich große Presseresonanz, es war fast wöchentlich ein Artikel drüber in der Süddeutschen Zeitung, weil da unglaublich, ja, progressive Geschichten entstanden sind. Also da kamen dann Leute, also es war tagsüber, war es ein Café, da kamen Leute mit ihren Konzepten, also wirklich von der Hausfrau bis bis zum Medienkünstler, haben mir die Konzepte vorgestellt und ich habe das einfach umgesetzt. Das heißt, Pressearbeit dafür gemacht, geschaut, dass ich das in die sozialen Medien bringe und hatte da mit, ja, sehr wenig Arbeit eigentlich immer eine sehr große Wirkung und auch eine relativ große, also regionale Öffentlichkeit. Genau, und dann kam das nächste Projekt, das war das Puerto Giesing. Das war ein größeres Kaufhaus, das Leerstand. Da ist das Kulturreferat in München auf mich zugekommen oder ein Mitarbeiter des Kulturreferats und meinte, ich soll mich doch mal bei den Investoren oder bei dem Projektentwickler des Gebäudes bewerben. Und das habe ich dann gemacht und bin da relativ easy mit einem Schlüssel rausgegangen und hatte plötzlich ein großes Kaufhaus, 5000 Quadratmeter, mit mehreren Veranstaltungsräumen und ganz vielen Büroräumen und hatte das erste Mal wirklich einen größeren Raum, mit dem ich spielen konnte. Das heißt, ich konnte Künstlern oder Kreativen die Möglichkeit geben, für relativ wenig Geld, also wirklich günstig für drei Euro den Quadratmeter Räume zu beziehen. Und die Leute hatten die Möglichkeit, da ihre Werke dann auch gleich auszustellen. Also die kamen dann zu mir, ich war sozusagen die Spinne im Netz. Man kam zu mir und hat gesagt, ich arbeite gerade an dem und dem Projekt. Ich habe das gesammelt und habe dann quasi Verknüpfungen im Kopf gehabt. Was passt denn? Also das wäre ein interessantes Projekt für den Regisseur vom Residenztheater, der einen Raum bezieht, weil dort eine Modezeitschrift entsteht im Raum daneben und die verknüpfe ich jetzt mal miteinander. Und daraus entsteht dann ein Theaterstück, wie gerade eine Hochglanz-Mode-Zeitschrift entsteht. Das wurde immer mehr zum Selbstläufer. Also die Leute haben sich dann intern auch immer mehr connected, ohne dass wir das großartig anvisiert hätten. Also das war uns immer ganz wichtig, dass die Leute freiwillig zusammenkommen und es nicht so eine Sotz-Ped-Situation ist, dass man sagt, wir treffen uns einmal die Woche, jeder stellt sich einander vor, jeder stellt vor, an welchem Projekt er arbeitet, sondern wir haben die Leute relativ frei gelassen, haben gesagt, macht, was ihr wollt, kommt mich besuchen in meinem Büro. Ich bin ständig da. Erzählt mir, wenn ihr Lust habt von euren Projekten. Und daraus sind extrem viele Ausstellungen, Partys, Geschichten entstanden. Ich möchte ein Beispiel nennen. Wir hatten einen Modedesigner da, den Patrick Mohr, der, ja, Newcomer ist, also relativ frisch von der Modeakademie kam und drauf und dran war, nach Berlin zu gehen, einfach weil es dort günstiger ist zu leben, weil man da sich einfach auch besser connecten kann mit anderen Kreativen. Und wir fanden das ziemlich schade, dass immer mehr Kreative, also es gab eine richtige Landflucht sozusagen nach Berlin, warum die Kreativen gehen, warum sie nicht hier bleiben und wie kann man diese Leute unterstützen, wenn man Räume hat. Und haben den dann eingeladen, also wir haben ihm dann gesagt, du bist der Erste hier, du darfst dir einen repräsentativen Raum aussuchen. Das hat er dann auch prompt gemacht. Er hat einen der schönsten Räume gewählt. Und wir hatten verschiedene, ja, Veranstaltungen, unter anderem auch den DJ Hell zum Beispiel, der sehr auf Patricks Mode abgefahren ist und zu dem wir gesagt haben, magst du nicht mal bei uns auflegen. Der hat damals so um die 2.000 Leute gezogen, wenn er aufgelegt hat, tut er, glaube ich, immer noch, also im großen Rahmen. Und die Eintrittsgelder, die normalerweise zur Hälfte dem Veranstalter gehören, da haben wir mit ihm ein Agreement gehabt. Der Patrick Mohr stellt DJ Hell Shirts her, designt welche und die Eintrittsgelder gehen eins zu eins an den Patrick Mohr. Und der Patrick Mohr hat die Eintrittsgelder verwendet, um bei seiner allerersten Fashion Week in Berlin zu sein und war da der Shooting Star. Und das war so der Start seiner Karriere. Also das ging dann ziemlich schnell, ziemlich weit bergauf. Und da haben wir gemerkt, dass wir mit relativ kleinen Mitteln, sozusagen, also es braucht eigentlich nur einen Raum oder mehrere Räume, mit denen man spielen kann. Wir hatten da die Kreativen und wir haben denen immer gesagt, wir connecten euch, erzählt uns von euren Projekten. Und wir sind connected mit Künstlern, mit DJs, mit Institutionen der Stadt, mit dem Kulturreferat. Wir hatten in der Gegend auch andere städtische Institutionen, wie die soziale Stadt, wo es darum ging, auch die Anwohner mit einzubeziehen. Und das haben wir dann miteinander connected und so fanden dann verschiedenste Veranstaltungen statt. Und das Schöne an diesen Zwischennutzungen war, also wir haben sehr viel gelernt. Also a, wie die Stadt funktioniert, wie das Viertel funktioniert und was die Künstler brauchen, um sich gut zu präsentieren. Was wir gemacht haben, war im Endeffekt nichts anderes als eine Förderung von Kreativen. Genau. Also sie hatten dann eine große Plattform und auch die Pressearbeit war darauf ausgerichtet, dass wir ziemlich auf die Inhalte gegangen sind, dass wir die Künstler vorgestellt haben, was da gerade am Machen ist, dass wir das sehr transparent gemacht haben. Ich bin rumgerannt und habe mein Handy ausgepackt, die Leute interviewt. Und daraus sind dann, was für uns ein Learning war aus diesen kurzen temporären Projekten, also das Projekt ging kaum ein Jahr, und aus diesen kurzen temporären Projekten sind wirklich nachhaltige Geschichten entstanden. Da haben sich Leute kennengelernt. Das war vor sechs Jahren, die jetzt immer noch erfolgreich zusammenarbeiten. Also von daher war das eine sehr erfolgreiche Geschichte und wurde auch in München sehr so auch angenommen und sehr über den Klee gelobt, sage ich jetzt mal. Also man hatte dann wirklich auch so das Chapeau des Kulturreferats, der verschiedenen Referate in München und von daher auch sehr, sehr viel Vorschusslorbeeren für kommende Projekte. Genau. Das haben wir gemacht und haben uns dann weiter auch für andere Zwischennutzungen beworben. Es gab einigermaßen viel Leerstand in München, sodass immer wieder irgendwelche Pop-up-Geschichten aufgeploppt sind, die von verschiedenen Münchner Veranstaltern bespielt wurden. Es gab dann danach eben auch verschiedene, diverse Projekte und ich habe gemerkt, dass das, was ich tue, also mein Input oder das, was bei den Projekten rauskommt, hängt sehr viel auch von den Räumen ab. Also habe ich größere Räume mit verschiedenen Büroräumen, die ich als Atelier vergeben kann, kommen ganz andere Sachen bei raus, als wenn ich Räume habe, wo es nur Veranstaltungsräume gibt. Das wurde dann eher partylastig und man konnte nicht so gut spielen damit. Genau. Dann wurde das schon relativ publik, sodass irgendwann mal eine bayerische Gemeinde auf mich zukam und mir den Auftrag erteilt hat für ein sehr attraktives, leerstehendes Gebäude. Das stand schon zehn Jahre leer, nämlich ein altes Krankenhaus. Dadurch bitte ein Konzept zu machen, weil das Problem war, also wer auf mich zukam von der Gemeinde war der Wirtschaftsförderer. Also dass jemand aus der Wirtschaftsförderung auf jemanden für mich wie mich zukommt, das war schon neu und für mich sehr attraktiv, da diese Zwischennutzungen zu bespielen, doch ein sehr hohes finanzielles Risiko birgt. Ich habe nämlich immer gesagt, ich verzichte auf öffentliche Förderungen, das möchte ich nicht, weil ich recht unabhängig flexibel bleiben wollte und eine Förderung nie so hoch ist, also bei so kurzfristigen Projekten niemals so hoch ist, dass du wirklich großartig was bewegen kannst damit. Bei meinen Projekten war es immer wichtig, auch kommerziell zu sein. Das heißt, wir haben unsere Gastronomie immer selbst gemacht. Unsere Projekte waren ziemlich kommerziell, also wir haben gute DJs, auch internationale DJs auftreten lassen und das hat natürlich Eintritt gekostet und die Gastronomie ist über uns gelaufen, sodass wir einen Teil des Geldes, einen Großteil des Geldes immer auch in die Kulturförderung gesteckt haben. Das heißt, es gab sehr viele defizitäre Projekte, die wir bewusst, wir wussten vorher, das wird defizitär sein. Da stecken wir aber, das ist unser Obolus, da stecken wir das Geld, was wir eingenommen haben, da rein, um das zu fördern. Das war eine ganz gute Sache, allerdings immer sehr riskant und teilweise auch nicht ungefährlich. Also es war, da konnte dann schnell mal irgendwie eine Stromrechnung aufkloppen in Höhe von 30.000 Euro und dann stand man da, oh Gott, wie macht man das? Also es war schon sehr riskant. Irgendwann mal kam dann eben diese Gemeinde auf mich zu. Wir haben ein Krankenhaus und wir würden dich gerne beauftragen, ein Konzept zu schreiben und eventuell schauen wir mal, wie es weitergeht, ob du das später selbst bespielen wirst oder ob du jetzt einfach nur in der Konzeptphase dabei bist. Das war letztes Jahr. Es geht um die Gemeinde Murnau, um das James-Löb-Krankenhaus, das eben zehn Jahre leer stand. Und zwar unter der Verwaltung von Garmisch-Partenkirchen. Und die Gemeinde Murnau hat das Krankenhaus sozusagen dann gekauft. Und der Wirtschaftsförderer kam auf mich zu und der erste E-Mail-Kontakt oder der erste Anhang, der mir geschickt wurde, waren die Zahlen von Murnau, die besagten, dass es eine regelrechte Landflucht von jungen Menschen gibt, die alle gehen München oder nach Berlin oder nach Stuttgart oder sonst wohin in die größeren Ballungsgebiete gehen. Einfach auch, weil sie keine Perspektiven sehen in Murnau und weil es für junge Leute doch relativ unsexy ist. Also es gibt in Murnau, es ist eine Kunst- oder gibt es den blauen Reiter. Es gibt viele, 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 viele Galerien, eine sehr, sehr hohe Künstlerdichte. Aber das geht alles so in Richtung Hochkultur, blaue Reiter. Und es ist kaum Raum, es gibt kaum Locations, kaum eine Clubkultur, nichts für junge Leute, sehr hohe Dezibelbeschränkungen. Also es konnte auch nichts entstehen. Und meine Aufgabe war dann, mir dieses Krankenhaus anzuschauen. Das habe ich dann gemacht. Ich habe mir die Räume angeguckt und habe gesehen, das ist in einem Wohngebiet. Also da kannst du nicht laut sein. Du kannst keine Partys dort stattfinden lassen. Es gibt keine großen Räume. Was machst du da? Also es wären dann Ateliers sozusagen. Ich habe dann eine Standortanalyse gemacht. Ich habe mit sehr vielen Künstlern gesprochen, habe sie gefragt, was sie sich denn erhoffen von so einem großen Raum sozusagen. Ob sie da Ateliers brauchen oder was sie sich wünschen. Und raus kam bei den Gesprächen, was ich sehr interessant fand. Also ich hatte so das Gejammere aus München im Ohr. Kein Platz, keine bezahlbaren Räume. Es ist schon für einen Künstler kaum möglich, in München geeignete Räume zu finden, wo er mit… Also die Mietpreise sind einfach horrend. Also es ist eigentlich kaum machbar, sodass viele Künstler eigentlich einem Haupterwerb nachgehen müssen, damit sie sich das leisten können. Ja, und neben… Und das war eben in Murnau waren das, was mich sehr gewundert hat, genau die gleichen Probleme. Also es hieß, wir haben keine Räume, wir können uns das nicht leisten. Es gibt sehr viel Zuzug. Ältere Menschen, vor allem aus dem Norden, die kommen, die sich dort, ja, ihren Altersruhesitz gönnen. Und Murnau ist extrem teuer, was die Mieten betrifft. Und hab dann, ja, also es gab dann so die ersten von der Gemeinde oder vom Wirtschaftsförderer lancierten Zeitungsartikel. Passt auf, hier entsteht ein Kreativquartier. Und dann gab es einen regelrechten Run auf das Kreativquartier. So hieß es auch erstmal im Konzept. Und zwar lustigerweise, ich würde mal sagen, zu 70 bis 80 Prozent waren das tatsächlich Hausfrauen. Die kamen, um sich mit ihrer Seidenmalerei sozusagen zu bewerben. Also die hatten dann… Es waren viele, die im Ruhestand waren, die gesagt haben, ja, sie haben jetzt gehört und sie haben es in der Zeitung gelesen. Sie möchten unbedingt Räume und sie wären ja Kreativwirtschaft. Also der Ausdruck Kreativwirtschaft wurde auch nicht verstanden. Also selbst wenn man es erklärt hat, es ist ein ziemlich irreführender Name, der nicht, zumindest im ländlichen Gebiet, nicht akzeptiert, nicht verstanden wurde. Also man musste dann immer erklären, was bedeutet Kreativwirtschaft. Es wurde nicht verstanden. Und wir haben uns das angeschaut und ich habe gemerkt, das Konzept, das funktioniert so nicht. Das ist nicht adaptierbar. In München wird das verstanden. In einer Gemeinde wie in Murnau mit einer sehr hohen Dichte an älteren Personen, wo man eigentlich eher die Jüngeren ansprechen will, ist es schwierig. Sodass ich dann angefangen habe, nochmal mit den Leuten zu sprechen, mit Unternehmen zu sprechen. Und es kam dabei relativ schnell raus, was brauchen die Leute wirklich außer Räumen. Und da kam relativ schnell raus, also was die Kreativen tatsächlich brauchen, ist ein Support. Also sie wünschen sich einen Support von der Gemeinde. Und das betrifft solche Geschichten wie, wie vermarkte ich mich? Wie mache ich handfeste Verträge? Wie baue ich mir eine Homepage? Wer bastelt mir eine CI für meine Homepage? Wie knüpfe ich Kontakte? Also es fehlte sehr viel an Know-how sich zu verkaufen. Sodass wir gesagt haben, okay, also es braucht in erster Linie weniger Atelierräume als mehr Raum für Beratungen. Und es gibt zum Beispiel in Murnau, nachdem ich sehr viel mit den Institutionen gesprochen habe, also es sind alles, vor allem die Älteren, sind sehr engagiert. Also denen reicht es nicht, wandern zu gehen, so ein bisschen Kultur, ein bisschen blaue Reiter zu haben, sondern es war denen wichtig, sich in der Gemeinde einzubringen. Da gab es dann einen Seniorenbeirat in der Gemeinde, bestehend aus, ich glaube, 15 Senioren. Ich habe mich mit denen getroffen, habe auch nachgefragt, aus welchen Bereichen kommt ihr. Und dann wurde mir erzählt, der eine war irgendwie für eine ganz große Immobilienfirma tätig in Hamburg und der andere hat ein großes Unternehmen geleitet und wir haben dann gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, sowas wie beratend tätig zu werden, also ihr Know-how, ihre Erfahrungen einzubringen und haben dadurch einen Space kreiert, wo junge Leute oder junge Kreative, die am Anfang stehen, das allererste Mal hören, dass sie einen Businessplan schreiben müssen, kommen können und sich da beraten lassen können für umsonst sozusagen. Das war ein Benefit für die Älteren, die hatten dadurch was zu tun, also die hatten eine tolle Aufgabe, nämlich ihr Know-how zu vermitteln auf eine realistische Art und Weise, weil ansonsten ist es so, also was bemängelt wurde, man hat seine Besprechungen in den Arbeitsagenturen oder in den Institutionen, die es gibt, wo man hingehen kann, wo man sich seinen Businessplan anschauen kann, aber das sind auch sehr junge Leute, die da beratend tätig sind und es ist wahrscheinlich eine Bereicherung, wenn ältere Herrschaften mit ihrer Erfahrung, die sie haben, da nochmal drüber gehen und sagen, das kann überhaupt gar nicht funktionieren. Schaut euch das mal an, wovon willst du dann leben? Also, sodass wir verschiedene Gruppen altersunabhängig in dieses Projekt mit einbringen konnten. Und im nächsten Schritt habe ich dann geguckt, also es sollte ein Innovationsquartier werden, was brauchen Schüler, was wünschen sich Studenten. Wir haben mit den Schulen gesprochen, wir haben andererseits auch mit Unternehmen vor Ort gesprochen, was für Erfahrungen macht ihr mit euren Lehrlingen. Und uns wurde immer wieder gesagt, also die jungen Leute, die zu uns kommen, die sich bei uns bewerben, die springen relativ oft ab. Also die schnuppern rein, machen ihre Ausbildung, sind zwei, drei Monate dabei und stellen dann fest, das war nichts. Und so haben wir gesagt, okay, also vielleicht braucht es in dem Krankenhaus mehrere Spaces, wo sich junge Leute ausprobieren können. Und haben dann im nächsten Schritt mit Lehrern gesprochen, also IT-Lehrern zum Beispiel, und haben dann festgestellt, wir müssen Makerspaces einrichten, verschiedene Spaces, wo man, was weiß ich, 3D-Druck, mit 3D-Druckern spielen kann, wo man eine IT-Abteilung hat, wo man ja verschiedene Möglichkeiten hat, sich auch intern zu vernetzen mit den Leuten, die vor Ort sind. Und die Räume werden nicht vergeben an Künstler, sondern an Start-ups, eben für günstig oder auch für umsonst, die sich dann der Geräte bedienen können. Also der Künstler von extern kann kommen, kann sich von einem jungen Start-up dort eine Homepage erstellen lassen, die günstiger ist, als wenn er jetzt zu einer Agentur geht, kann runtergehen. Also das war zum Beispiel interessant, es gibt ziemlich viele Bildhauer in Murnau, dass die Modelle zum Beispiel 3D drucken lassen, um damit zu potenziellen Kunden zu gehen, zum Beispiel. Und so haben wir dann alle möglichen Units, die es dort geben könnte, ausgebaut. Das Konzept war dann erledigt. Und im nächsten Schritt mussten die Gemeinderäte überzeugt werden, denn ein Krankenhaus hat eine andere Genehmigungsprozedur als eine Zwischennutzung sozusagen, wo Leute ein- und ausgehen und die eine oder andere Veranstaltung stattfindet. Und es kam dabei raus, also es gab dann Gutachten und es kam dabei raus, es muss eine halbe Million investiert werden in die Sicherheit, Brandschutzmaßnahmen und so weiter. Und das ist der aktuelle Stand, da wird gerade umgebaut und danach wird nach diesem Konzept dieses Ding aufgebaut werden. Das, so viel zu meinen Zwischennutzungen. Ja, also, aber eine Sache fällt mir eigentlich noch ein, die ich dazu sagen möchte. Und zwar bisher das, worüber ich gesprochen habe, also meine eigenen Zwischennutzungen, mit denen ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, das waren immer private Zwischennutzungen. Ich habe auch Erfahrungen gemacht mit öffentlichen Räumen. Mein letztes Projekt war ein Stadtstrand, um den ich mich beworben hatte. Es gab eine Ausschreibung von der Stadt München und ich habe mich darum beworben und habe den Zuschlag bekommen. Und das war eine völlig andere Erfahrung. Und ich muss sagen, es ist ein ganz großer Unterschied, ob man öffentliche Räume bespielt oder private Räume. Bei öffentlichen Räumen, also in Bayern gibt es die eierlegende Wollmilchsau. Ich weiß nicht, ob es die in Österreich auch gibt, aber man muss wirklich allem und jedem gerecht werden. Und das ist schon eine sehr, sehr große Herausforderung, mit öffentlichen Räumen zu arbeiten. Genau. Dankeschön. Danke, dass ich da sein durfte. Und falls man Fragen hat, man findet mich auf Facebook, die Adresse wird eingeblendet. Danke schön, danke schön. Danke schön. Untertitelung des ZDF, 2020